Die Z-Sicherheit ist auch nicht so gut, weil es verzögert ist. Aber immerhin viel Schatten. So, wir gehen wieder zurück, sonst müssen wir... Oder wir gehen mal kurz hier runter. Hier ist nichts. Jetzt geht die Munition aus. Also ich will alles eigentlich mal ausportiert machen. Wenn ihr schneller ein bisschen wollt, dann kann ich das machen. Wir können alles nachholen. Die, die gerne mal... ...interessantes sind von den Let's Play Z-Sicherheiten. Weil viele rushen einfach nur durch. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Ein Stück und ein Ding. Ne, Defensiv ist besser. Oh, ist ein grüner Piz? Ein Low Leaf grüner Piz? Ja. So gehen wir wieder hoch. Gut. Und eh noch. Sehr schön. Ich mag diese Hügel, aber sie sind sehr schwer zu bergen. Das ist ein bisschen negativ. Ich werde mal auf. Ich werde ein paar Leute zu binden. Ich werde mal nur mit Cars in itsdesignal. Ich spiele das jetzt mit der Leid找en. Ach, ich konnte das jetzt ein bisschen mehr zusammen. Ich werde mal mit dem wegsehen. Das ist wieder 10. Das ist langsam. Wir können nicht schon viel genug haben. Aber wir werden sowieso spät noch sehr viel mehr finden. Da kann mir gerade ein ganzes Lager abfallen, eine ganze Kiste voll. Hier sind viele Gegner, die kill ich mal. Mit bisschen Verlust. Und das ist wieder morgen. Der Zombie greift aber noch an. Richtig runter, hoch. So. Und am Morgen greifen wir wieder zurück im Haus. Und können mal ein bisschen bauen. Aber zuerst laden wir hier mal den Schrott ein. Das Zeugs mal. Seile könnten wir mitnehmen. Ähm. Klimt ihn zu ist rein. Klimt ihn Klaus. Das Blaster auch und die Sitz auch. So. So. Ah, ich hab die Pfeile rein getan. Da. Und hier machen wir mal das Greensax raus. So. Und tun wir es hier hin. Machen wir uns einen Nanostern. Jetzt haben wir schon 4 Mana. Also 4 Dengel. Wie viel Mana? 84. So. Wir machen uns. Und da nix. Wir machen hier oben auf. Und. Bauen. Ohne Steine. Nicht. Das Haus weiter. Steine. Steine. Was war hier? So. Wir machen immer den Boden in einem anderen Ding. Das ist so Anbau. So. Weißt du. Steine. St brig. Steine. Steine. Steinziegeln. Äh. Ne. Das sieht nicht gut aus. So. Ohne Steineziegeln. Steine. 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 Steine Teine. Steine. Schöne Fledermanns. Schöne Fledermann. Die bauen sich nicht so leicht ab, da meine ich immer, ich habe ihn schon abgebaut. So, muss besser hinschauen. So, Steinsiegel. Ach, grauer Siegel, genau. Reichen 95? Ja, denke ich schon. So, dann die Reckwände. So, dann die Reckwände. Und jetzt noch die Möbel rein tun. Mal schauen, was für Möbel man craften kann. Ich will gerne andere. Ja, sieht sehr gut aus. Mist. Ja, da machen wir vier von denen. Vier von denen. Eine Bar. Ohne Kins machen wir noch. So. Und die Tür machen wir als Lied. Oder aus irgendein anderem Material. Sieht ein bisschen komisch aus, aber lassen wir es so. Irgendwie ein Material. Lied ist da wenig. Eisenbahn und Lied. Drei. Drei. Vier. Ah, wir müssen noch mehr haben. Was machen wir? Die mal hier rein, damit die hier noch leichter rein kommen können. Ah, es reicht ja. Es sind doch vier. Wieso habe ich mich dann verschärfen. So. Ähm. Ja, Leute müssen halt da noch kommen. So. Aber wir gehen jetzt mal in eine neue Welt. So. Ähm. Ich brauche ein Sieg rein. Holz rund rein. Drecksbeck brauchen wir auch nicht. Holz. Manne Kins. Legen wir mal hier rein. So. Wir brauchen nämlich Platz da noch. Ich denke mal, wir machen auf dieser Seite eine Farm. Und auf dieser Seite ist zwar der Spawn, aber auf dieser Seite machen wir ein Museum für unsere Sachen. Boah, hier unten ist viel Lied. Das nehme ich wieder mal. Hier machen wir sowieso noch den Keller hin. Dann kommt es gleich gleich noch gut. So. Also. Wir gehen rüber. Wir machen eine neue Welt. Auch eine kleine. Ähm. Abtragen. Welt schaffen. Klein. L4. Hier. So. Hier geht es ja einige Zeit leider. Der Generator ist nicht so gut. Machen. Höhlenwände. Machen. Schokolade essen. Schauen wir mal. Wir brauchen Holz. Holz. Es bringt nichts Holz anzupflanzen. Die Bäume sind so klein. Die Bäume sind so klein. Die Bäume sind so lange nicht. Lieber in neue Welt gehen. Außer man ist auf dem Server und kann da nicht. So. Ah, hier ist Sand. Ich geh mal kurz in die Wüste. Weiter gibt es Tempel. Also Pyramiden. Hä? Es ist einfach möglich. Ich gehe mal kurz in... Dreckig. Ja? Der ist. Dreckig. Der ist die Messer. Dreckig. Dreckig. Die rüber sind. Maybe das!* Ich glaube, ich muss das auch... Dreckig. Das war sehr! Der hat so wenig Rückstoß und der Gegner haut nicht ab, darum sind die Spitzakten besser gegen die, auch wenn es länger geht. Oh, ich schau's tight. Da ist es Wärze. Wasserblatt. Keinen im Tempel. Jetzt kommt das Schneegebiet. Und die Corruption kommt auch. Slime bauen, oder cool? Nein! Nein! Zeit ist für uns schon. Fail. Aber macht nichts, wir haben sowieso das Geld reingelegt in die Trünen. Und so wenig Gold verlieren. Das ist nicht wichtig. Der Speer ist besser. Nein. Wir könnten mal die Schuriken einsetzen. Die Granaten könnten wir auch einsetzen. Weil die Granaten gegen Slime anwenden. Die Granaten gegen Slime. Die Dose. Die Dose. Die Dose. Die Dose. Die Dose. Die Dose. Im Hintergrund. Sind wir in der Schweiz? Ah cool, ein Baum. Mit Dungeon. Also ja, nicht gerade Dungeon, aber... Vielleicht hat es nicht Ruhe unten. Ja, es hat ein Eingang, dann ist der Rannelsruhe da. Super. Mit dem Leaf Wound. Frequent auch da. Ja, wir werden wahrscheinlich nur einen Raum machen von diesem. Wie sie so selten sind. Und deshalb werden wir wahrscheinlich so einen Holzraum umändern in diesen in diese auch. Ja, das reicht jetzt. Mal kurz hier schauen. Hier ist nichts. Hier ist ein Hörner. Mit Gold. Oh my god. Oh my god. So I feel the apron. So. Noch ein bisschen saven. Noch ein bisschen saven.